So, grüß euch. Ja, zum zweiten Mal jetzt muss ich die Aufnahme starten. Hat den Grund, also wurscht. Traktor, Baum abwipfelt, wenn wir den herziehen, weil den da gehälst nicht, ist so. Sondern der hat kein Zug mehr. Extreme Fichten, extrem viel ist. Starker Durchmesser. Durchmesser, wenn wir noch mal aufgehen, wie viel. Warum ich jetzt noch mal gestartet habe. Wir sind einfach Völkern aufgeschnitten und haben einen Nagel erwischt. Wir sind da unten bei uns auf der Lede und den Baum hat es im Sommer schon geschmissen und haben mir jetzt deswegen aufgeräumt, weil die um die Viehhelmer gegangen sind. So, ihr seht, da ist schon eine Isolator drinnen. Da. Und ja, wird sicher noch mehr aus der Zeit drin sein. Das ist jetzt nicht so gefallen gewesen. Die hat fast nichts mehr geschnitten. Jetzt schauen wir mal. Richtung passt gut. Wir schneiden wir einfach auf die Wiesn raus. Ja. Wir werden aber noch mal anhängen müssen. Völkern passt schon einmal. Herzstich kommt nachher. Wir fahren jetzt mit dem Traktor zurück. Und dann wollen wir irgendwie schauen, dass wir da rauf wieder kraxeln. Ja. . Prober. Wir fahren, wir fahren nun auch. Wir fahren, wir fahren, wir fahren. Wir fahren. Wir fahren, wir fahren. Die Bisschen ist auch schon vor allem schwach. So, der Bildfunk ist reingeschalten. So, die Papetten haben wir eh die Lange gehabt, jetzt schauen wir, dass wir da irgendwie auch wieder kraxen. Na ja, warte mal, dann muss man noch ein bisschen unendern, wenn man schon wartet. Das ist so weit mehr, weit mehr. Mist, Viech. Ah! Ah! So, wir werden jetzt die Ketten hinten bei der Gürtelschlaufe einhängen. Dann bitte nicht oben! Wie schön es ist! Wenn ich da irgendwo runter mache, bin ich schon größer. Oh, super! Oh, super! Oh, das ist relativ stabil. So, jetzt rufen wir. Jetzt müssen wir auch schon mal rumkriegen. Ich weiß nicht, was das ist. Wie ist das? Genau. Wie ist das? 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 Unvoll freies absteigen, schauen wir mal, was weiß ich, wenn ich es nicht verstehe. Jawohl, das ist fast. Oh, fast! Wuh! Ja, komm jetzt mal auf dich. Ist du doch heute? Es war mir jetzt nicht so, dass es nichts ist. Geh, es ist ja alle, oder? Ja. 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 So. Seilwinden unterstützt die Fehlung. Umso weiter man aufsteigt, umso weniger zu kraft benötigt man. Und nachdem der echt schon stark ist. Ach, der Regen so war. Passt. Nachdem der echt stark ist, bin ich da auf der sichereren Seite mit weiter aufsteigen. So. Stocken wird extrem lustig. Weil es so hoch ist hinten. Okay. Gehen wir es an. Hoffentlich da wirst man nicht noch hangen. So. 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 Das war's, das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. 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 Das war's.